Moin, Servus, meine Buzas, heute mal wieder Landwirtschafts-Simulator, Leute. So, Wasser hat es natürlich nicht fehlen, Leute. Bröschen aufs Nöschen. Prost. Alter. Let's go. Wir müssen hier heute ein Feld machen. Let's go. Oh mein Gott, Alter, es wird so schwer hier mit, Alter. So, bester Fahrer. EU-West. Was ist denn mit dem Mieter schon hin, allerhin Bayern? Und jetzt hier erstmal rein, dann nach oben, Alter. Das wird jetzt echt schlimm. Moin, Servus. Fährt da einfach weiter. Unerhört. Unerhört. Wirklich so'n Halt. Sollte hier aber kein Problem werden. Scheiße. Das war knapp. So, wir sind auch hier gleich da bei unserem Feld und können wir da erstmal das wegmähen. Das ist schon. Ja. Wie ist es? Schön. Sieht gut aus. Ne solide neuen. Ja. So, jetzt packen wir das hier erstmal und fahren die ganzen anderen Sachen hier erstmal hin. Carlos. Uh. Wie seid ihr wieder zurück? Moin. So, wir müssen jetzt gerade hier die Meer hinten nochmal zum Medrescher bringen, dass man schon mal anfangen kann, ein paar Sachen zu machen. Und in der Zeit können wir schon mal alle anderen Sachen holen. Aber. So, jetzt ist er hier fest. Jetzt müssen wir X machen. Ja. So. Au. So. Jetzt. Alter. Das ist Schneidewerk gerade. Jetzt müssen wir hier diese Steine länger umfahren. Ich weiß nicht mal ob wir das hier durchschaffen werden. Jetzt kann der Bock hier schon mal ein paar Sachen machen. Viel Spaß. Macht er das? Ja. Auch schwegerade. So muss das sein. So. Jetzt brauchen wir mal dieses krasse Ding. Hier. Das der ganze Mülldollglas reinkommen kann. In diesen LKW hier. Und fahren wir jetzt auch nochmal dahin. Ich habe echt lange geübt um auf dieser Map gut fahren zu können muss ich ehrlich zugeben Leute. Und echt nimmt dieses Video echt nur mit Humor. Muss ich mir ganz kurz so sagen. So. Klappdorf. Und ich werde sehr sehr viel Spaß haben dieses Video hier zu schneiden. Vielleicht sehr sehr lange dauern. Sieht gut aus. Dauert aber noch ein bisschen ne. Das dauert noch ein bisschen bis der fertig ist. Er sagt BHKW. Okay. Also. Machen wir. Fangen wir da gleich hin. Ich schau nochmal ob die das auch verkaufen. Weil nicht jeder verkauft bestimmte Sachen hier. Okay. Der Kanister ist voll. Dann müssen wir ihn jetzt ein bisschen erklären. So. Hier drunter stellen. Richtig drunter stellen vielleicht. Das war vielleicht gut. So. Und jetzt kommt das hier rein. So. Mal schauen wie viel da rein passt. So. Er hat jetzt hier abgeladen. 50% haben wir jetzt schon voll. Ich glaube wir bringen einfach mal direkt weg. Alter. Der hat uns jetzt 50% voll gemacht. Und wir fahren das mal weg und machen ein bisschen Cash. Mal schauen wo ist der nächste. Wer macht denn das noch. Hier. Dann fahren wir zu diesem anderen da. Der hier auch noch in der Nähe ist direkt. Der ist direkt hier vor uns. Der nimmt auf jeden Fall Raps an. Das habe ich gerade gesehen. So. Wo müssen wir rein fahren. Hier rein. Ja. Dann fahren wir hier rein. So. Jetzt müssen wir den Wurm. Da. 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 Seht doch. Gut aus. So. Hoffentlich verkauft er das jetzt hier auch richtig. So. Und jetzt. Weg damit. Ja Leute. Dann wird das Cash gemacht. 90.000. 100.000. Ja. 100.000. Wir haben 22.000 mit der Hälfte schon nochmal. Finde ich guter Preis auf jeden Fall. Sehr angenehm. Und jetzt wird hier eingeladen. Los komm gib mir den Stoff. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Ey das ist wieder voll hier. Okay. Und er lädt wieder ein. Und vielleicht können wir das dann wegfahren. Und dann warst du auch schon hier von der Folge. Und wenn ihr ein bisschen hingeschaut habt. Schreibt. Check. Check Alice. Landwirtschaftszimmer. Hi. Und Leute. Den dritten Teil nehme ich irgendwann mal anders auf. Hier bekommt ich halt immer noch. Das wird geil. Und jetzt werde ich nochmal richtig schön viel Geld. Schön viel Geld. Er ist auch fast hier fertig. Aber er macht halt die Ränder nicht und so. Oder hinten hat er das gar nicht gemacht. Das muss ich dann das nächste Mal machen. Weil da habe ich nur hier ein bisschen rumgefahren. Ein bisschen geschaut ob alles klappt. So das fahre ich hier erstmal weg. Natürlich hier mit. Bisschen Licht. So wir fahren nicht auf die Straße. Den kann natürlich. So dass hier kein Auto fahren. Und jetzt müssen wir da unten hin. So. Hier kann ausgemacht werden. So jetzt schauen wir das ob wir keinen streichen. Und ich glaube. Wir bekommen aus dem jetzt hier wirklich. Wenn wir gerade 20 bekommen haben. Bekommen wir jetzt aus diesem ca. 50 Grad. Bis 40 Grad. Also um den Dreh. Ich schätze so 40. 43. So ungefähr. Mal schauen ob das stimmt. Mal schauen. So. Oh mein Gott egal. Fahre ich hier hinten rein. So. Hier ist eh viel mehr Platz. So. So. Jetzt. Zack und jetzt. Abladen. Mal schauen. Wie viel das wird. Oh ja. Das wird viel Geld. Oh ja. 40. 41. Wow. 41. Das ist schon viel Geld. Das ist schon sehr sehr viel Geld. Oh ja. Oh ja. O ja. Das ist schon sehr viel Geldart. Ehe. Thu ist ja. Also dazu Uhr. Und lasst du in